Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen bei meiner Reise in ganz neuen Welten, und zwar in New World von Amazon Games. So, wir haben hier oben die Quest, untersuche das Gebiet Tiedenschluckhöhle. Hier gibt es noch mal zu lesen, Tagesbericht, ja, dann haben wir schon mal den zweiten, gut. Und zwar wollen wir jetzt gucken, wo müssen wir denn hin, nach Tiedenglück, da oben. Oh, da ist noch ein Wildschwein, ich glaube, eins jage ich mir noch. Kommen wir aber nicht zu zweit hier auf einen, oder? Aha, genau so. So. Aha, noch mal ein bisschen, äh, Elf Rohleder, ein Schweinefleisch. Nur ein Schweinefleisch, aha. Komm her, du Schweine, du. Oh. Oh. So, sehr geil. Hammer, das mach. Bisschen Schweinefleisch, wo muss ich denn hin? Iden-Schluck. Hä? Was schreit denn hier so? So. Oh, da kommst du wohl alleine mit klar, oder? Ja. Bisschen wohl hin. Hä? Okay, hä? Sicher, dass was hier richtig ist? Äh, Entschuldigung. Ein schwarzes Wildschwein. Oh, gibt auf jeden Fall ordentliche Leder, ne? Wofür auch immer ich das Leder noch gebrauchen kann, aber Leder kann nie unwichtig sein. Wir müssen irgendwie hier um den Berg rum. Sicher, dass ich in die richtige Richtung laufe? Also, ich weiß das gerade nicht. Hä? Ach so, Busch, ja. Brauch ich gerade nicht, ne? Hä? Hüpft doch mal hier. Aha. Sicher, dass er da oben ist? Ich glaube eher nicht. Da unten ist, äh, links. Ja, hier runterfallen wäre ziemlich doof. Ähm, Tidenschwein. Ich schluck. Ich muss mal gucken. Wo liegt denn die 1? Ich bin hier. Okay. Ähm, ja, aber passt schon, ne? Ne, warte mal. Hier ist Rosenfall. Hier ist, halte die Stellung. Wachtum des ersten Lichts. Dann heißt, ah, ich bin wahrscheinlich völlig falsch, ne? Komm, wir gucken mal von unten. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass ich hier oben rumkreuchen muss. Ne, irgendwie kann ich mir das gerade beim besten Willen nicht vorstellen. So. Ja, jetzt habe ich erst mal Fleisch hier. Ah, du blöde Sau. Komm her, du Dreck-Sau, du blöde. Ist denn mit dir nicht richtig? Ah. Ah, Mann, ey. Ich wollte euch doch gar nichts tun hier. Selber schuld jetzt. Jetzt muss ich wegen euch auch noch was essen hier. Na gut, dass ihr mir gleich Neues liefert. Mann, ich wollte die gar nicht töten, so eine Scheiße. Sorry, ey. Ach da, der Kreis. Wenn der voll ist, ist wahrscheinlich, also hier um die Tab-Taste, wo Tab steht, wenn der Kreis voll ist, bin ich wahrscheinlich auch voll. Ja, könnte ich mir vorstellen. Echt, da willst du den Schwein schon nichts tun, dann machen die dich hier an. Mann, 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 Mann. So, jetzt muss ich mal gucken hier. Ach so. Wie? So, jetzt für eine Ausweich-Tachtik hier. Ach so, hier. Laufen. Ach und Steuerung ist dann gehen, genau. Was ist das? Oh. Ja, nehme ich ja mit, ne? Wenn ja einer das Schwein einfach rumliegen lässt, da nehme ich das gerne mit. Ja, Fleisch kann man ja immer gut gebrauchen. Ich sollte direkt nochmal ans Feuer gehen und das eben schnell braten. Ja, das macht ja wohl Sinn, ne? Aber dann müssen wir mal gucken, dass wir Tiden-Schluck finden. Irgendwelche Höhlen. So, du lässt mir jetzt aber in Ruhe. Ich will jetzt nicht kämpfen. Hier liegt auch noch so ein Schwein rum. Mann, Mann, Mann. So, ich muss mal hier ans Feuer. Genau. Eeeh. Und dann war das hier. Kleine Ration. Energiesparende. Oh, Energiesparende kleine Ration. Er hört die Mana-Regeneration-Rate für 20% um 10 Minuten. Okay. Hergestellt. Sehr gut. Haha, sehr geil. So, jetzt muss ich mal gucken. Tiden-Schluck, das müsste dann in die Richtung irgendwo liegen, ne? Ja. So, dann gucken wir doch mal, ob wir das jetzt hier richtig finden. Was denn mit dem Ding da? Ich habe aber nichts mehr, ne? Nö. Ich habe nur das mit Tiden-Schluckhöhle. Gut. Dann passt das zumindest. Ah, hier schreit irgendwo einer. Ich glaube, hier bin ich gleich richtig, ne? Tiden-Schluckhöhle. Jawohl. So, suche nach der Quelle der Verderbnis. Was hat er denn? So. Mhm. Ah, da ist noch Sack. Den nimm doch mal mit, hier. Hey. Verderbnis-Resister. Jetzt nimm doch den blöden Sack da. Ach, Pfeile, ja. So, rein in die Höhle. Ja. Aua. Drecksack, du. So, ich kam von da. So, hier oben ist irgendwas. Ah, du blöd, Mann. Aua. Jetzt habe ich auch noch zwei hier. Ach, du Drecksau. Darf ich jetzt erst mal hier in Ruhe gucken? Ey, was ist denn das hier? So, danke. So. Okay, Höhlen Teil 2. Gut, dann hier durch. Oder hier. So, die Quelle der Verderbnis. So, du lässt ein Säckchen da? Nö. Tu da nicht. So, komm her, Käpt'n. Ja, da kämpft schon einer. Gut, kann jetzt mal hier die Vorräte plündern. Klebensstab, Brustplatte, schwaches Lösungsmittel. Okay. So, ach so. Erschreckt mich doch nicht so, Mensch. Das hier die Quelle der Verderbnis. Boom, boom, boom. Boing, boing, boing. Oh, yeah. Okay. So, gibt es hier irgendwo was? Oh. Schwärmer der Verderbnis. Ja, dann lassen wir mal schwärmen, ne? Schon kaputt hier. Aha. So, wo muss ich denn wohl lang? Oben rum oder unten rum? Ah, keine Ahnung. So, auch kaputt. So, dann gehen wir doch mal hier unten rum. EP sammeln. Au, 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 au. Aua. Aua. Ey. Oh, der macht aber Schaden, ey. Wieso rennst du denn nicht? Oh, stirb. Mann. Und Essen. Essen, Essen, Essen. Waffentruhe, jawoll. So, was haben wir gekriegt? Beil und Speer. Beil und Speer. Okay. So, und jetzt bist du hier noch fällig? Ah, wir sind fällig hier. Okay. Okay. Wir sind hier fällig. Schnell, bevor der hier wieder respawnt. Hey, ja, jetzt nicht. Hey, ja, jetzt nicht. Keine Lust auf dich. Ja, ja. Ach Gott, jetzt muss ich wieder durch hier. Oh, Mann. Oh, Mann. Mann. Ah, an jeder Ecke steht hier einer, der dich bekämpfen will. Ey. Ja, ja. Boah, ist hier was los, ey. Ich will doch gar nicht mehr. Aua. Oha. Ja, ja. Heute nicht. Heute nicht. Haben doch schon gekämpft, Mensch. Oh, nee, das sind mir zu viele. Schnell weg. So. Hey. Uh. Schweine. Wie weit folgen die mir denn noch? Ah, jetzt ziehen sie sich zurück. Gut, dann kann ich den Feuerstein hier mitnehmen. Kann ich hier ein paar Feuersteine mitnehmen. So, muss ich gleich nochmal am Feuer gucken, weil ich alle machen kann. So. Jo, haben wir. Hervorragend. Was? Ich spiele schon eine Viertelstunde. Hier. Oh, gerade erst angefangen. Also, das Spiel ist echt mehr als kurzweilig. Wahnsinn. So, Nora. Schwuppdi, wuppdi. Mein Verdacht hat sich also bestätigt. In der Höhle war noch mehr Verderbnis. Es war sehr mutig von dir, sie zu... Ja, so bin ich mutig. Okay. die leute in der siedlung sollten vorbereitungen treffen du hast mehr getan als ich je von dir verlangen könnte die wachtmeisterin danach solltest du dich ausruhen kein zeit für so einen scheiß kein zeit fürs ausruhen was kann ich denn hier noch machen weil brauche ich nicht holzfäller axt kann ich das machen glaube ja also ich baue mir erst mal eine axt ja ach so weiter herstellen wollte ich ja bergbau hacke ernt es sich heute messer ich muss gleich mal gucken die kann ich noch nicht machen dann auch nicht nur weil ich brauche fasern und hierfür euch wildbrät ok jetzt wollte ich mal einmal eben gucken hier was habe ich denn hier schon wieder brustplatte die ist besser so was gibt die denn alles schwere brustplatte gewöhnlich dies auf jeden fall besser sieht aber gleich aus dann die zerlegen ja das kannst du auch mal zerlegen so die hose zerlegen der tagwerk hut ihn hatte ich noch nicht nur ja wie sie da jetzt da zieht mich schick aus nenne der steht mir nicht aber hier patrone feile essen haben wir genug da war das alte schiffs wie back scheiß egal was aber wir haben jetzt werkzeuge wo kann man die denn drauf lagern beziehungsweise wo kann ich das ausrüsten hier ausrüsten so und jetzt ach so da f3 ne f3 ist angel zwei habe ich nicht wo kann ich denn die anderen dinge auswählen öffne die karte standardtaste m so habe ich gemacht dass sie muss jetzt hier diesen weg entlang ok nach trüffelfieber sammler alle trüffel die du im wald findest aber musste ich nicht was anderes machen noch das ist bergfried ist noch gesperrt was ist das erstes licht bevorstehender krieg so da erstes licht dorf so wo muss ich denn jetzt hin sprich mit silvia aus in die richtung gegangen ok okidoki dann gehen wir doch mal ach hier ist jetzt auch wieder so ein schwein ja komm her bevor du mich angreifst greife ich dich an ja dein fleisch nehme ich noch mit greift mich dann noch eins an irgendwo nö nö wo muss ich denn jetzt lang hier hier rum oder keine ahnung oder oben lang wir schauen mal also ich glaube ich bin nicht ganz ja nicht ganz falsch aber auch nicht ganz richtig ich hätte schon ihr den weg entlang muss da oben rum obwohl ich bin jetzt hier durch die höhle durch dann komme ich doch auch dahin ja das sah zumindest mal ganz gut aus den zettel aber schon gelesen genau hier rum ja so dann wollen wir mal wie weit ist denn das 820 meter und dann gibt es hier doch im weg genau ausrüstung verfügbar war nehm du den markt ah ja konstitution zwei punkte cool 88 erfolge an in chile ist okay was soll hast denn heißen da gibt es nur irgendeinen back oder oder der lädt noch kann sein keine ahnung was heißt so monzen so was ist denn hier kaputt magnus dro hast du mein wagen gesehen die wildnis von alternum waren die sicher aber die straße so etwas habe ich noch nie zuvor gesehen wildschweine sind aufgetaucht und haben meine trüffel gefressen deshalb sollten sie das tun woher soll ich dass wir sehen also ein wildschwein gedanken leser bin ich nicht ich verkaufe doch nur pilze und kräuter aber eines sage ich dir die biester haben mich für diese saison ruiniert kann ich irgendwie helfen du meinst du hilfst dem alten hohe und ob du bist ein engel nimm meine sichel sammeln ein paar trüffel und bringen sie zur siedlung sammeln ruhig auch kräuter und bären für dich die bringen die am handels posten ein paar gold stücke ok wo man ihn dann hin wo sind die 1 ist angeheftet na ja und wo finde ich die so muss jetzt einfach hier suchen oder was wo anscheinend hier muss ich dann hier im wald suchen oder was wo finde ich dann trüffel hier aber keine trüffel wo finde ich hier trüffeln ja vor dem schwein habe jetzt nicht unbedingt angst nur wirklich nicht aber wo finde ich hier trüffeln junger baum junger baum so jetzt hat das ich einen jungen baum das ist doch blöd jetzt hier ich war doch gerade am arbeiten jungen mensch lasst mich doch mal arbeiten hier aber bringt mich jetzt nicht weiter mit trüffeln suchen wirst du die sichel von kräuterkundler hohe aus ach so ja muss ich nur machen ok da kommen jetzt hat den baum da mal weg hackt noch mal den baum da weg jawoll so sich man haben wir haben wir so eine axt wo sehe ich die denn die sichel aufgaben gegenstände vorladung schreiben man muss ich da mal gucken da die sichel ausrüsten naja ok habe ich gemacht woran sieht man hat ich habe doch gesagt hier ausrüsten ja warum hast du das denn gerade nicht gemacht so 0 vom 5 markierten bereich so da man ach ich habe irgendwie den hammer da ausgerüstet oh man jetzt wo ist markierter bereich da da irgendwo da wahrscheinlich muss blau leuchtet oder so fünf trüffel war das wäre easy das ist ja easy hier da schreiten die immer so sagt 223 ja fast so 3 war schon wieder ein schweinchen hier so viel fleisch um einen nehmen wir wieder aus mein gott ich weiß gar nicht wenn heute mit meinem kopf los ist der juckt wie verrückt hat dieses schrei aus dem hintergrund klingt echt immer fies so und dann noch eine trüffel dann haben wir was und dann ist die runde auch gleich schon wieder rum verrückt hier so da ist noch einer die müssen wir dann im alten hofe bringen so hier ist auch gerade kein schwein ne gut sammeln auch welche für dich hat er gesagt aber sind ja keine mehr zu sammeln hier wo denn hier gibt es keine mehr sammeln auch ein paar für dich ja schade wenn ihr noch welche doch da ist noch wer was da denn hast du den leckeren trüffel gegessen doch den wolle ich haben was da denn hier für eine ehrungenschaft hinterlassen schafft ja ja ich weiß wohl jetzt ist aber keine chance mehr so und dann müssen wir weiter zum sturm am horizont aber ja das gibt ja hier ep ruf und und rosenhofe das blaue hier wahrscheinlich ein tod schwein ne ja hier trüffel ach man lass mich doch in ruhe hier was war das darf ich das jetzt hier nehmen ja danke ich will auch welche da hinten ist noch was natürlich auch noch tun die schweine einmal nix so wenn ich dafür gold kriegen kann dann nehme ich die ja mit ne ja vielleicht kann man die ja selber essen so hier war der alte hohe ich muss wahrscheinlich ziemlich gleiche stelle na ja so dann jetzt erst mal ab ins dörfchen da vorne ich habe ich diesen blöden hammer eigentlich ja und wie kann ich den benutzen ja ja aber dann vielleicht lieber die axt hier ausrüsten nee so dann nach dahin und mein schwert bitte wieder da drauf genau so aha hier gibt es langsam wölfe muss ich da dann aufpassen ist denn hier kaputt hier gibt es da irgendwas die dunkelheit akzeptieren gefunden auf straße nach erstes nicht albert ich werde nicht in meine siedlung zurückkehren und ich vermute dass ich dass alle darüber erleichtert sein werden erben von erstes nicht insbesondere meine mutter aber du weißt dass meine bürde in den jahrzehnten seit unserer ankunft in diesen verfluchten gefilten weit schlimmer war als ihre es ist verdammt unnatürlich für ein kind das sein elternteil jung bleibt während das kind altert ich werde nie verstehen warum ich einer der wenigen bin die zum altern verdammt sind ich habe versucht die jugend meiner mutter zu akzeptieren aber als die als die wachtmeisterin wurde was unmöglich als ich sah wie energisch sie die führung übernahmen hat das mein verfall nur noch beschleunigt gerade heute habe ich zugehört wie sie und ihre werkmeister kim pläne für eine strahlende zukunft schmieden ihnen ist ja gar nicht klar wie töricht sie sich anhören egal ob wir hier alt werden oder nicht oder ob wir leiden oder gedeihen keiner von uns wird den frieden der ewigen ruhe bekommen keiner von uns wird den frieden der ewigen ruhe bekommen und ohne den nahenden tod sehe ich keinen grund warum wir vorgeben sollten überhaupt am leben zu sein ich danke dir für deine freundschaft albert aber ich muss erstes nicht den rücken kehren und die dunkelheit absortieren egal was sie auch bringen mag eselgard ok eselgard so das war ganz schön weiter weg hier du was hat er da schau mal schau mal hier ist was zeltlager rang 2 noch nicht freigeschaltet und er haut ja ab sind wir denn wo noch richtig was sieht gut aus so wo müssen wir denn jetzt hin einfach geradeaus so sieht man irgendwie ob man hungrig ist oder sowas nö ne den hut wollte ich ja nicht da habe ich auch noch nichts neues kann ich den zerlegen genau recht damit gibt irgendwelche materialien so da sind wir dann gleich da und dann haben wir es auch schon vorbei krass ja ich würde sagen hier machen wir schluss für heute und spielen morgen weiter ja und wenn euch die runde hier mit mir gefallen hat dann hinterlasst mir doch gerne einen daumen nach oben wenn euch interessiert wie es auf meinem kanal so weiter geht dann abonniert ihn euch gerne schaut euch auch gerne die anderen videos an würde mich sehr freuen ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend bis dahin tschau